wo ist meine barbaren quest viel zu weit entfernt die hauptsache echt so kurz wenn wir jetzt noch akt 2 müssen wir dann nur noch akt 3 was wir hier haben ist eine quest neue das ist ein häuptling ganz ruhig jetzt liegen ihre leichen offen da den aßfressern ausgeliefert den aßfressern so vielen gründen falsch sie sollten übergangs markiert werden die reten der alten sitten um ihnen frieden zu bringen unser land ist euch wohl vertraut und ihr seid so tapfer wie die ja also wenn wir uns werden die uns auch verlieren die wahre ruhe geleiten nach der logik aber kann man denn hier alles wo jemand als nächstes sind schon dahin gehen wir mal oder sind zwei direkt da oben zum gang des geflüsters zum hügel des flüstere 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 warum sagt er in die ganze zeit flüstere flüstere auch gerne nur meistens weil sie leider nicht weil ich blüsteren soll also täusche ich ist einfach vor damit hat das schon wieder wir kommen auf meine schulter Videospiele 20 zu kommen. So, ich schnupp an meinem Röhrenhaltigen Popolkuh. Was näsiger Drogenkuh wollt. Wir hätten die Sehe weitergeführt. Ne, irgendwie nicht. Einzigste, was noch geht es. Man muss mal ein Wachen. Nehmen von Dassel, frohenteil ist man schon wieder. Ich hab da nebenan. Oh ja. Und dann ist es. Donk. 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 Oh Gott. Das geht. Ich hab da mit einem Schlag der APA abgezogen. Das tut etwas. Ja. Ich bin auch nicht bereit. Au. Oh Gott. Der hat auch noch einen Schlag gebraucht. Boah. Gibt es einfach nicht mal. Hier, Türen mit ihren riesigen Waffen. Stirbt man nicht. Hat er denn, wir sind ja voll die Gedärme auf dem Boden gefangen. Ja, sowas passiert, wenn ein Tier aufschlitzter Daniel denkt, wenn er in der Wildnis jemanden will, ist die unbündige Erfahrungspunkte und nicht irgendwie Blut und Gedärme. Ja, natürlich. Ich bin auch nicht bereit. Das war ja ein sonstiger Grund für mich, sowas zu machen. Er springt ja hoch und macht jaffu. Ich bin auch nicht bereit. Ja, guck mal. zu markieren ich glaube ein bisschen dahin fängt natürlich naja basen würde eigentlich voll eiskalt kaputt hier schon lecker auf der truhe also darauf gepinkelt ich bin auch nicht bereit Fuck. Das habe ich aber auch nicht gut, dass dieser eine Film wie so ein Dreamworks Film ist. Rubi, er ist aus wie Elemental. Mir fällt gerade oft ein, ich habe viel mehr Soldaten. 06,7,8,9. Ja, ich hatte vorher nur 4 Skelette und 3 Skelett-Magier. Okay, so gut, ne? Ja. Ich hatte gerade ausgerüstet oder so, oder hochgelevelt. Ja, nehme ich mal an den Level. Ich weiß nicht, wie das bei dir funktioniert. Ah, das ist ein pinker Becken. Zip. Ow. Ich bin auch nicht bereit. Was er hat aufgewickelt. Ja. Ihr Köcher enthält nur einen einzigen Fall. Ich muss warten. Oder noch. Ich muss warten. Vielleicht ist das Wetter einfach noch vermehren, untereinander. Ja. 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 Dann geht's schon. Was ist das? Ja. 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 wenn er da aus woher die stimme kommt zwei herzen ich muss warten irgendwie kann ich immer wieder untersuchen aber passiert ich werde jetzt auf dem pinkel diese wunden sehen tödlich aus ich bin zwar kein arzt ich habe 40 leute auf die art und weise beseitigt ich weiß ich aber nicht ich bin arschgeil altav an elf intelligenz wurde für alle karakter um zwei ich habe einen weiteren buchstaben des alphabets gelernt doch durch den helm den ich trage wird nur um zwei meine anzahl erhöht von geld ich habe das level dann noch weiter erhöhen kann von den fähigkeiten sie können ja auch level 5 hoch gelevelt werden wenn dann irgendwie noch mal so mal kriegt und auf level 6 oder 7 oder so kann ich glaube nicht klein aus vermisse mein schwengel funktioniert wie jeder andere waffe aber dann hat mir so gut in der hand ja ok ich dachte jetzt haben wir die festung oder so ja wir kommen ja voll wenig ist eine panik schieben kollege da sind schon fast dort ich muss warten also hören ein faszinierter sterben kann oder nicht ein faszinierter auch Gott, zum Glück habe ich die gerade gehalten habe ich mal lieber ich bin auch nicht großschwert das schwert der typ hat sich eine tour verwandelt also noch wieder neue gute waffen bekommen wenn ich völlig dann ab nach breis teig stiege vor der richten ja noch das kann ich hier nicht tun auch schon stufe 40 heute und sterben noch mal einen teuren namen des schutzes ich fertige sie für diejenigen ich habe ein kind mit den alten segen aber wenn er zurückgebracht wird sagte jeder tod habe einen sinn aber die tiere haben wir zu essen er war gut so kreislauf des lebens nicht anders als ich oder er lebt in die zwei auswahl habe ich gerade tröstet und nimmst du er hat und er war nämlich ein oberer papa sagt man kann die straße vor sich nicht erreichen wenn man nicht auf seine füße achtet wie erreicht man die straße wenn man seine füße verliert ich hoffe sie erkennt jetzt ihren fehler auch wenn das licht verblasst wir werden nicht unsichtbar unhörbar wir sind geblieben in gedenken an die die wir lieben noch der queser abgeschlossen bis am skill wenn ich nicht bewegt soll ich verbindung wird getrennt natürlich noch schweden hat noch etwas wert keine klingen ab meine haute wert klingen ab hatte ich mein bizeps gesehen und jetzt wagen ok guck soll er noch die ganze fähigkeit noch gar nicht bei so schwierig sein ja ich hab dir schon fertig hochgelevelt jetzt habe ich jetzt stelle ich noch über den passive rein die fähigkeiten nicht in meiner leiste die sind jetzt hochgelevelt zurück danke ich wusste ich kann mich auf euch verlassen doch was haben wir denn noch her auch den sack lebenswander ist natürlich schon wieder legions legions ereignis steht hier beginnt in vier minuten 15 sekunden soll man da mal gucken was das ist auf dem ersten blink hört sich das irgendwie so wie die ankeiten elders calls an wo weiß noch die ankeiten elders calls also wellen von gegner kam und muss irgendwie so boss erledigen mit anderen spielen noch mal noch zeiten gott aber da recht hätte ich ihn kommen für den ganzen gegnern hier wenn die rennen wir machen wir schon hat direkt daheim es ist einfach nur vorbei gerannt ich muss nach hause ich habe den herrter gelassen ich hoffe noch wissen was das ist nein also standbild für die sekunde ja bei mir auch auch gerade ist da leck aber ich glaube hier der spieler okay ich glaube jetzt weil ich jetzt level 45 das level 43 das level 50 irgendwann kommt das geht los das level 39 ist ja genau wie in an kann in er das kurs wie kann man hier mit dem lagerfeuer interagieren ich habe schon gehört hier hat ruinieren das ist einer gestorben alle über uns gelevelt der abwesenheit für einer welchen die es geht gleich los da er macht dich bereit oder so ein dickes dinge als einfach mit einschlag wenn man schautet ja die diener der hölle rufen ihren anführer da kommt ihr irgendwann groß so wirst dich für dich opfern müssen dann hier steht der verformt aber gut da sagt einer hallo oder einer ist auch potenzieller mörder war ja der hier kann man sagen du bist nicht kreativ wie du denkst dann man aber sie jetzt ja jetzt gar nicht los ist jetzt ich schreibe euch alle die ganze zeit in ihrer grünen solche da die sterben die idee kaputt machen ja ich glaube schon sowieso markiert auf der karte ja meine ich bin noch nicht bereit ich dachte wir haben jetzt die ganze zeit hier in diesem heilort das noch ein geladen die nieder der halde ist dass schlacht beigetreten da gab es unten nicht er ist ja da kann man nicht nur an uns gelevelt sein schlange schlange stufe 13 von saison 1 abgeschlossen da oben glaube ich ja ich glaube dass wir auf jeden fall schaffen wenn ich was schlimmeres kommt ich bin noch nicht bereit da kommt doch mein schild ich bin noch nicht bereit ja da war ich bereit der hätte ein bisschen mehr aus ich bin noch nicht wenn ich gegen den irgendwie schon vorher bekämpft so ein paar stunden der bestimmten anderen namen hat vibrieren was hat nämlich stand da nur einer von drei bisher kooperative dienste schließt eine legation besser belohnung freigeschaltet belohnung aufstehen dann nach spieler titel jetzt kann ich jetzt kann ich mit potenzieller nase erbitten erbitten bezwinger also ich habe das leute irgendwie zum level nur so benutzen also eine halbe stunde wird wenn der nächsten halben stunde so machen noch aber die sind alle in so dann sind die dann ab nach kärriger ah je häufiger ok konnte ich nicht lesen gefährlich kommt und ändert es wir machen die weltzeiten doch gefährlich ich muss warten also viel edelsteiger ich schon meine kommode ab wir machen was sagt ihr was euch fehlt ist aber da hinkommt also man normaler name spricht mit fehlern im hügelland nicht im hügelland der trauer und der verzweiflung irgendwie sucht das hügelland des des großen hauers das ist ein keller ich gehe jetzt einfach rein das ist nicht verdammt ich habe keine gegnerin und da reingehen ich muss warten das stinkende ackerland kleine kleine so coole karakter die war haben eine lese durch so bach auch gott schon bei der wert aufgehört ja wenn man sich gleich nie mal bis zu haktüfen ja naja ich hatte ich folge noch ein sprichepunkt dann überlebt noch da du lebst noch habe ich dich wieder blick ich bin noch nicht vielleicht macht ihr diese ganzen kürzeln wohl der kunstigen bock der alter er bringt mich schon wieder ein bisschen auch wieder ein golem ich kann da nicht mehr herangehen ich muss überhaupt wieder tote ich dachte eigentlich hätte ich wieder belehnt anscheinend nicht weil wir immer schlechter in diesem spiel irgendwie schon mal ja nein unser track record und so kill death ratio pumpel stil zum spiel also und bestellte da müssen wir gar nicht hinweg nicht wenn er den namen prima wurde getötet durch schwarzer verstehst du sagst wie gut dass es keiner weiß wir waren nicht dafür verantwortlich ja die kämpfen gegen ein skelett ich sehe nur wieder irgendwie und von irgendwann unsichtbarem die ziegen da getötet wird ich kann nicht glauben dass er sich überhaupt an seine familie erinnert ich musste den faulpelz vor monaten aus dem haus werfen weil er nicht arbeiten wollte bis jetzt habe ich keinen mucks wer von ihm gehört besser für ihn wenn er in kerriga bleibt und für uns auch er hat eine neue quest was ist denn hier los die verdammten drecksziegen menschen haben wieder angegriffen wonach sieht es dann aus ich weiß nicht wie viele weitere wir überleben können der druide da drüben hat ein paar schutzsteine mitgebracht sollen die dreckigen ziegen menschen fernhalten wenn ihr etwas ehrliche arbeit sucht könnte ich damit hilfe brauchen ich bezahle euch natürlich aber haltet die augen offen es sind garantiert noch mehr von den verdammten ding an unterwegs keine sorge ich werde dem nachgehen keine sorge ich habe hier da wird ein gesammelt schutzsteine desto jeden hier den lagen jörg und ding da die sollen wir verteilen so bitte nicht reintreten schilder dann bleiben die ziegen menschen weg schutzsteine platziert dann bin ich die ganze platt machen warte 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 naja klar ist das ist das meistens ein messer irgendwie falsch wir töten so viele gegner aber es kommt immer mehr kippern aus mani botens aus mormann das ist aber gut Ja. Ich muss warten. Frichtig. Ja, ich habe alle drei platziert. Ich bin auch nicht bereit. Ich auch. Den, 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 den. Dank. Ah. Ich habe mein Schild weggedrückt. Er kommt, er um die Ecke, er hat schon wieder meine AP verloren. Aber die Felder der Qualen. Keine Sau. Morgon. 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 das ist mir bei eingefolgt doch ich rede jetzt bei den typen direktere abschreckung die auch ziegen menschen verstehen können die verfluchten bestien haben sich in die grube der ziegenscheuche von einem großen hässlichen rohling namens schwarzhorn angeführt natürlich den kopf dieses bastards aufspießen wird ihnen das zeigen mit wir meinst du mich wer meine ich dich und nicht mich das ist ein unheiligen gruben wenn das schöne gedanken ist auch schon der leuchte ich habe seine tür ich habe es einfach dadurch warum er für geld hier ist das habe ich alles schon ein gesammelt ich werde ja wunderbar zu funktionieren die situativen diese schild wird mich nicht aufhalten denn ich kann nicht gelesen das ist das ist das ist brenner was passiert ich habe euch alles was ich habe okay das ging doch wieder als können wir ja gerechtigkeit ausüben ja jetzt gibt es als wird die hat dann hat die gar nichts mehr und so geht der kreis auf dessen lebens diese barrikade wird uns nicht aufhalten war anstellt okay es hat sehr schwere danschen will so lange dauern tödlicher schreien manchmal heute noch mal aufgestiegen werden die unheilige grobe auch eine große axt ich bin noch nicht bereit wir sind ein bisschen kränklich aus gerade grün solche uhr leger damals nicht geballt habe kann manchmal spinnvoll in diesem spiel doch ein bisschen am anfang ja dauer das schwarze ich hatte die einzigen fischer die mich die ganze kaputt warte da ich belebte ich nehme man jetzt explodiert das ist geteilt das ist getan ist deutlich stärker ist weil ich jetzt geschicklichkeit die wänner arbeit dieser war ich versteckt hier das war mehr von finden mit man möchte gar nicht da schon wieder so ein dicker aber ich sehe ich sehe schon wieder richtig sterben ich habe ja auch die radios gefunden was gar nicht mal geschicklichkeit macht hier in dem spiel ich muss warten er lässt regnen männer keine männer da ist noch erleben können wir ja auch noch annehmen ja ich habe rat und spinnen geredet natürlich welche da war eine stille truhe wagt so aber eine situa wofür wir schlüssel kaufen habe ich gesehen ich habe auch so ein schlüssel meine menge drinnen das ist ein großes schwert drin dann beschleunigern da ringen nämlich 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 da war eine menge gute sachen dran sie ist erschwert schwächer aber ich habe daraus selber irgendwie was bekommen habe ich ich höre die wölfe immer umkreisen sie mich greifen und beißen nach mir sie wollen dass ich mich ihnen anschließe momentan bin ich noch ich selbst aber ich brauche hilfe damit das so bleibt einige ritter der kathedrale kam vor einer weile vorbei um das böse in sarats unterschlupf zu bekämpfen einer von ihnen hatte ein amulett die wölfe schwiegen in seiner gegenwart die sind nicht zurückgekehrt aber vielleicht könnt ihr mir das amulett bringen da war sicher machen wir doch gerne also ich gehe jetzt zurück nachdenken sie ja auch geblickt mich allein sich nach die oberstadt sehr egal was hat dann ist das die andere hauptstadt ich gehe jetzt zurück und sage ich machen wir heute feiern ja ja